Tag zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich stelle mal in die Stoppuhr ein. So. Ich habe jetzt einen neuen Mod installiert noch dazu und zwar Recytebook, weil ich ja mit Buildcraft nicht so richtig klarkomme mit den ganzen Rezepten. Was wir hier zuletzt gemacht haben. Können wir die Kühe eigentlich wieder fahren? Gleich mal schauen. Wo kam die denn jetzt her? Was war das denn? Jetzt kamen die gerade von oben. So. Okay und zwar für das Rezeptbuch brauchen wir ein Ups. Brauchen wir ein Buch? Und Tinte glaube ich. Ja das ist eigentlich Tinte gewesen sein. Müssen wir gleich mal besorgen. Und dann werde ich mir mal so ein Buch herstellen. Muss auch gucken, ob die Mod funktioniert, ne? Haben wir überhaupt was für Bücher? Ja. Muss ich noch anpflanzen. Damit wir noch mehr bekommen. Und Tinte brauche ich ja auch noch. Aber Tinte dürfte eigentlich kein Problem sein. Müsste ja hier irgendwo dann was sein. So ein Tintenfischi. Und dann weiß ich noch gar nicht, was wir heute machen. Ob wir ein Haus weiterbauen oder noch ein bisschen erkunden gehen. Gibt es hier keinen Tintenfisch, Mann? Ist ja voll ätzend. Alter, sind hier tief. Gibt es hier irgendwas anderes? Eine hübsche Höhle oder so? Hm, scheinbar nicht. Hühnchen. Schafe. Da hinten ist ein Tintenfisch, ne? Ich brauche nur ein einziges Tintensäckchen. Da, hier, hier. Guck mal. Zack, da haben wir schon eins. Oh, und sogar drei. Ja, siehste. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da hinten? Aber das ist ja das Dorf. Das Dorf. Ja, wir könnten mal ein bisschen am Haus weiterbauen, ne? Wenn es jetzt so angefangen und nicht zu Ende gemacht aus. Und Leder brauchen wir dann natürlich. Da müssen wir schon die ersten Kühe opfern, naja. Aber erstmal muss das Zeug wachsen, sonst kriege ich ja sowieso kein Buch. Boah, Alter, wir haben kein Eisen, na? Doch, acht Eisen. Ne, was ist denn das? Ach, Gold ist das. Wollen wir erstmal ein bisschen nach dem Haus weiter? Habe ich überhaupt Pflastersteine? Pflastersteine? Ach, hier ist ja noch Eisen. Dann baue ich mir jetzt erstmal eine Rüstung. Hose. Schuhe. Was steht noch? Brust. Ach, hat er genau gereicht. Ne, so. So, jetzt haben wir wieder Rüstung. Hier haben wir noch normale Steine. Muss ich sowieso mal gucken, ich brauche, äh, Glas. Sand habe ich nicht. Dann muss ich jetzt mal Sand besorgen. Ah, hier ist ja genug Sand. Also Sand ist schon mal kein Problem. Mal gucken, wie ich das Haus überhaupt bauen werde. Okay, ich habe jetzt angefangen, da eine Form reinzubringen. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie das aussehen soll. 26. Ja, wir können ja Glasscheiben machen, ne? Dann haben wir ein bisschen mehr. So, machen wir mal hier schön. Alles sauber. So, sollte reichen. So, wachs mal hier ein bisschen. Ich brauche mein Rezeptbuch. Da müssten ja auch alle, äh, Mod-Rezepte drin sein, soweit ich weiß. Automatisch. Sollte eigentlich funktionieren. So, dann muss ich mir überlegen, aus was für ein Boot, äh, aus was für ein Material ich den Boden mache. Aber erstmal stelle ich hier eine Workbench hin. Ja, macht ruhig Krachkatzen, ist egal. Stört mich heute nicht, mal ausnahmsweise. So, eine Tür. Ah, ich wollte eine Doppeltür machen, mal. Ups. Ah, schon mal eine Tür. Ist doch schon mal was. So, hier wollte ich dann, die Ecke wollte ich komplett aus Glas machen. Genauso wie die. So, haben wir so ein Eckfenster, weißt du? So ein ganz, achso, dann kann ich ja keine Schreiben nehmen, dann muss ich ja Blöcke nehmen. Stimmt. Das ist schon mal der erste Schwachpunkt an meinem Plan. Das war ja, wenn es aber so ein großes Haus, ne. Muss schon größer sein. So, dann kommen hier drei hin. Zwei, vier. Oh, jetzt habe ich keine Steine mehr. Jetzt habe ich schon keine Steine mehr. So. Hier hatte ich ja auch schon... Ach, da habe ich ja eine Werkbank hingebaut schon. Ups. Das habe ich vergessen. So, hier hatte ich ja angefangen schon mit dem Lager. Für, damit wir genug Steine haben. Genau das wollte ich sagen. Also müssen wir erst mal ein paar Steinchen besorgen. Ich weiß nicht, ob ich auf Erkundungsnummer wieder gehen könnte, aber ich brauche auf jeden Fall Rohstoffe. Ganz viele Rohstoffe, Mensch. Ganz viele. Lederproduktion läuft. Essensproduktion läuft auch. Buchproduktion läuft auch. Eigentlich läuft alles. Oh, und nur noch Rohstoffe. Aber das ist nicht so einfach mit den Rohstoffen. Ich weiß nicht, wenn ich mich so dumm anstelle wie letztens. So. Ich gehe mal hier runter und gucke, was da ist. Hier unten war ich ja auch schon einmal. Das war, glaube ich, auch wieder eine etwas größere Höhle, ne? Oh ja. Da ist sogar ein Schaf. Da ist ein Schaf in die Höhle gefallen. War das nicht sogar meine Riesen... Das ist doch meine Riesenhöhle, wo ich mich verlaufen hatte. Bin ich da von hier aus runtergegangen? Nee. Oder? Doch, na klar. Das ist doch der Eingang. Ich habe doch da das Haus drauf gebaut. Auf den Eingang. Ja, sicher. Muss ich mir merken, wo ich hergekommen bin. Aber das wird doch sowieso wieder nichts. Das wird doch sowieso wieder nichts, Mann. Kohle. Kohle ist natürlich auch wichtig. Okay, hier ist nix. Guck mal, was hier schön ist. Oh, guck mal, hier ist überall Eisen. Eisen brauchen wir, glaube ich, für voll viel Zeugs von Build Curve. Ich denke, es ist schon mal gut, dass hier so viel ist. Oh, mein Spitzhack ist gleich kaputt. Scheiße. Das heißt, ich bin mal wieder nicht gut vorbereitet. Boah. Also hier wird es auf jeden Fall genug Rohstoffe geben. Davon gehe ich mal aus. Welche Höhe bin ich hier? Aber immer noch Höhe 32. Das ist viel zu... Viel zu hoch. Viel zu hoch, um was Interessantes zu finden. So, wo war jetzt der Ausgang? Jetzt geht es wieder los, Leute. Ah ja, hier muss der unten sein. Ah, da ist er doch. Ich bin doch hier gewesen, Mann. Hä? Moment mal. Hä, da bin ich jetzt bekloppt. Ich habe doch hier drei Fackeln hingesetzt. Das heißt, es muss doch hier der Ausgang sein. Wie ging es denn hier nochmal raus? Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Ich bin doch nicht bescheuert. Oder habe ich die drei Fackeln hingesetzt, obwohl hier gar nicht der Ausgang ist? Hier war der Ausgang, oder? Ja, mein Gott, ey. Kann man nur so verballert sein? Schon wieder dunkel draußen. Scheiße. Oh, lol. Ich weiß, warum. Ich habe alles umgestellt für Minecraft, ne? Außer von friedlich auf einfach. Oh, lol. Ganz sicher. Ich hätte erst umstellen sollen, als ich drinnen war. Wenn ich drinnen gewesen bin. Warum rennt der denn schon wieder nicht? Egal, sind sie tot. Alter, nein! Ach, Mann, ey. Der rennt manchmal nicht. Ach, Schallplatte. Gut. Hat jetzt geht es noch eine schöne Schallplatte eingebracht. Renn jetzt. Erst mal ab ins Bett. Ah, warte mal, da bin ich eine Schallplatte. Melohi. Ähm. Eisen. Hier. Einen Eisen packen wir mal hier rein. Jetzt haben wir auch schon Glas. Und wir müssen die Kühe noch fertig machen. Ähm. Ja, geil. Das Weizen habe ich natürlich weggeräumt. Ähm. Wieso wächst denn die Scheiße nicht? Wachse. Wachse. Schon fertig? Ne, ich glaube nicht. Sorry. Toll, jetzt muss ich wieder Weizen holen. Ich brauche mal langsam wieder was zu essen, wa? Ich muss ja sowieso Kühe schlachten gleich. Habe ich hier noch was zu essen drin? Boah, ey. Ihr habt doch so eine Macke hier blöden Katzen. Das kommt weg. So, ich habe hier nichts mehr zu essen drin, außer dieses vergammelte Fleisch. Ja, scheinbar nicht. So, jetzt müssen die ersten Kühe dran glauben. Aber erst paaren wir sie alle nochmal. Da kommt. Nummer eins. Zwei. Paart euch. Alle. Haben sie jetzt alle gepaart? Das war es schon. So, jetzt haben wir mal zwei Schlachten. Ein Leder bei zwei Kühen, ey. Toll. Wie viel Fleisch? Vier. Na, das geht. Vier ist nicht schlecht. Oh, jetzt wachsen die Dinger endlich. Alles egal, jetzt komm. Essen ist wichtiger. Kurz warten, bis das Essen fertig ist. Hm, hm. Das ist auch geil. Wenn man jetzt das Item nimmt und dann zweimal draufklickt, das deckt sich das automatisch mit allem, was im Invental ist, zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank.